Das ist braun, schwarz und weiß. Das ist das René Mede-Tauern-Schecken-Ziege. Allein der weiße Kopf, dann die Hörner dazu und eben die Farbgebung. Sie sind sehr edel, sie sind sehr selbstbewusste Tiere eigentlich. Die Ziegen haben einen ganz eigenen Charakter und wer Ziegen züchtet und besondere Tauern-Schecken züchtet, macht das mit Leib und Seele. Mythos Tauern-Schecken. Über die Rettung einer geheimnisvollen Ziegenrasse. Am Sonntag, 3. April um 16.30 Uhr in ORF 2.